hallo 14 und 16 hier ist der kenan und heute habe ich euch 33 workout okay wir fangen gleich an johannes okay between under between in and out johannes fight okay between under between and out behind the back johannes try between under between in and out behind the back between behind okay johannes fight between behind the same footstop zurückziehen in and out between under between behind the same footstop zurückziehen in and out johannes fight between behind double cross between behind double cross johannes x between cross behind cross between under in and out between cross behind cross between under in and out drill nummer 7 between cross in and out cross between the legs between cross in and out cross between the legs drill nummer 8 between cross in and out cross cross between behind okay cross in and out cross cross between behind und das war's das waren 8 workouts jeweils einmal links rechts und nutzt das schöne wetter aus macht korbleger macht mitteldistanzwürfe okay und pusht euch okay wirklich versucht an eure grenzen zu gehen nicht einfach hier am anfang ist es okay ich werde den move lernen okay das tempo ist okay für 1 2 minuten dann werde ich mich steigern aber dann werde ich 1 2 minuten 80 bis 100 prozent geben und dann wenn ich pumpen will oder korbleger machen will hey dann genauso und es ist auch kein problem wenn ihr zwischendurch mal move vergisst wenn ihr zum beispiel sagt okay zwischen cross dann war's between under und jetzt war's in and out okay cross und den crossholt vergisst ihr ist ja nicht schlimm weil wie gesagt im spiel das was ihr die vorgaben die ihr quasi jetzt von mir habt die werden vielleicht vielleicht braucht ihr nur eine between cross und seid dann eurem gegner vorbei gekommen dann braucht ihr nicht between under in and out cross oder vielleicht geht der gegner weg dann nimmst du gleich den wurf okay alles klar viel spaß bleibt gesund und bis bald coach k ciao